Und ich mache das unendlich traurig, dass meine kleinen Geschwister hier gerade auf der Straße sitzen müssen und so eine tolle Angst haben vor ihrer Zukunft, dass sie sich das geben und sich da fucking ankleben, weil sie so eine Angst haben, dass die Erwachsenen sich nicht darum kümmern, dass die gut leben können. Es kann nicht sein, Olaf Scholz, dass das gerade die Situation ist, dass hier gerade zwei Kinder auf der Straße sitzen, um dich an deine Verantwortung zu erinnern. Wo bist du, Klimakanzler? Wo? Nein, doch. Wer so ein Scheiß redet, der glaubt auch noch ganz andere Sachen. War das ein Mist? Das kannst du laut sagen. Los. War das ein Mist? Ja, Mist. Und die, die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, weil sie letztendlich an dem Kriegstreiber das Wort reden. Das heißt, Sie sind glücklich in Ihrem Wahlkampf in Bayern als Bayern-SGB-Urlaub-Scholz. Ich bin froh an, dass die SPD-Urlaub-Scholz hat als Bundeskanzler, dass wir den Bundeskanzler stellen. Dann würde ich mal weniger Streit wünschen in Berlin, aber ich glaube, das würden wir. Und ich möchte nicht, dass Sie hier filmen. Ich möchte nicht, dass Sie hier filmen. Ich habe keine Macht. Rühren Sie mich nicht an. Rühren Sie mich nicht an. Ich rühre Sie nicht an. Wir haben Pressefreiheit und rühren Sie mich nicht nochmal an. Und ich möchte nicht, dass Sie mich filmen. Rühren Sie mich nochmal an, wir haben Pressefreiheit. Ja, und deswegen müssen Sie mich trotzdem nicht jetzt hier filmen. Ich werde hier stehen bleiben. Ja, das ist schon lustig, also was hier, was die ZDF-Leute von Pressefreiheit heißen. Das ist eigentlich ziemlich unverschämt, aber wir merken uns die Leute, weil wir dürfen sie ja senden. Und die Frau schaut zwar bis kein Grante, gar nichts mehr. Ja, das ist natürlich nicht lustig. Und Sie sagen auch, man müsste doch filmen, oder? Ja, also unbedingt. Das kann ich Ihnen doch nicht einfach verbieten, dass man da nicht parallel, ohne dass man stört, nicht filmen. Wirklich. Das geht ja gar nicht. Also da bin ich jetzt schon auf jeden Fall. Hey, das ist das Ganze mit den Rundfunkgebühren. Ich denke, ich sage Sie auch, dass wir hier filmen, da, weil die Dame hier, oder von der ZDF, die hat mir vor die Kamera geschlagen, hat mich auch berührt. Und dann habe ich gesagt, ich will weggehen. Also was macht man nicht. Ich habe hier keinen Ton gemacht, gar nichts. Ich habe hier nur einfach ein paar Ausschnitte nicht filmen lassen. War das die Dame, die da jetzt gerade links von mir steht? Oder hier in dem Fall rechts von mir? Die hat mir an die Kamera geklappt, mir hat die Kamera auch laufen lassen. Aber vielleicht gibt es eine Konsequenz, wenn es nur eine Volontärin ist, dann ist nichts. Aber wenn es eine beste Mitarbeiterin ist, dann muss man hier wirklich was unternehmen. Dann kriegen wir das mit Sicherheit raus, wer das ist. Das ist uns bis jetzt ja immer gelungen. Ja. Ja. Und es würde uns auch diesmal gelingen dann. Sind Sie auch hier abgelehnt worden, weil Sie zu nah dran standen? Nein, ich durfte einfach meine Meinung nicht sagen. Ich wollte dem Herrn von Brunn einfach nur fragen, er soll doch bitte was zum Kontrollwaffengesetz sagen, er soll doch bitte was zur Streumunition sagen, die jetzt in die Ukraine geliefert wird. Aber dann hat man mich ganz freundlich wegkomplimentiert mit dem Hinweis, Sie würden jetzt ja gleich die Polizei holen. Also was da dann undemokratisch ist, wenn ich so etwas sage, weiß ich nicht. Aber Sie zahlen doch mit Ihren Rundfunkgebühren. Ja, wir alle zahlen. Aber interessant, vielen Dank für die Info. Und wir lassen uns hier einfach nicht von Leuten, die von GEZ bezahlt werden, einfach unterbrücken und noch angegriffen werden. So geht's gar nicht. Vielen Dank. Also dieses Mädel gehört scheinbar zum Herrn von Brunn. Ich werde also nicht zum Kameranzien. Das merkt man natürlich. Weil so geht's gar nicht. Das ist ja nicht für die Wärtsperson. So, jetzt haben wir mal kurz am Stachos. Das ist ein ganz schönes Aufgebot hier. Tschüss und Prackers. Tschüss und Prackers. Na, na, ich glaube. die einen Auftrag zu erfüllen, denn ich lasse mich nicht von informierten Kindern davon abhalten. Genau, und so macht man das auch. Dürfen wir doch nicht führern, oder? Weil Pressefreiheit bei Faschisten nicht so wichtig ist. Wir sind der Heilige im Einsatz. Erlässt, der Lande ist neoliberal! AfD Parteifizkandidat! Parteifizkandidat! Cheese and Crackers! Interessante Anekdote dazu, wenn Linke Hakenkreuze schmieren, dann wird es in der Statistik als rechtsextremistische Tat bewertet. Also man muss einfach sehen, hier wird natürlich massiv geflunkert, um linke Straftaten zu relativieren. Uli Henkel ist bei mir hier vom Bayerischen Landtag, exklusiv Interview für Tomax TV München und wir wollen mal ganz kurz sprechen über die Diskussion Parteiverbot. Haben die eine Chance oder ja oder nein? Also Parteiverbot ist tatsächlich natürlich ich bin amtierender Landtagsabgeordneter, der einzige aus München stehe jetzt auch wieder zur Wahl am 8. Oktober, kann ich gleich sagen, vielleicht im Vorfeld. Ihre Frage betrifft mich als Juristen, der ich einer bin, ein Volkerjurist, ein ausgebildeter sehr, weil es so toll immer heißt, ja AfD verbieten. Also wer kann eine Partei verbieten? Es sind schon mal ganz wenige Institutionen, die das überhaupt können. Also den Antrag dazu stellen, der kann aus der Mitte des Bundestages kommen, vom Bundesrat kann er kommen. Und entscheidend darüber tut das Bundesverfassungsgericht. Gibt es im Grundgesetz einen eigenen Artikel, Artikel 21, Absatz 2 des Grundgesetzes, regelt, wann Parteien verboten werden können, wenn sie nämlich verfassungsfeindlich sind, wenn sie nicht mit beiden Füßen auf dem Boden der freundlich-demokratischen Grundordnung Die Presse schreibt schon dauernd, verfassungswidrige Partei und so weiter. Die hauen ja genau mit der Keule rum. Ja, damit soll die Bürger vor der Wahl abgeschreckt werden, eine Partei zu wählen, die ja angeblich möglicherweise verboten werden würde, womit die Stimme dann ja vergebens wäre, weil dann ja die Leute aus dem Parlament raus müssten. Aber dem ist natürlich in keiner Weise der Fall. Die wissen ganz genau, dass es keine Chance gibt. Die AfD steht, was ihr Programm anbelangt, mit beiden Beinen fest auf dem Boden der freundlich-demokratischen Grundordnung. Und es wird niemals zu einem Parteiverbot zu fragen kommen, weil das Bundesentfassungsgericht ganz strenge, ganz enge Kriterien an ein solches Parteienverbot stellt. Und ich habe die Urteile damals zum NPD-Verbot gelesen, dann aus den, ich glaube, 43er Jahren und so war es das KPD-Verbot. Da gibt es gesicherte Rechtsprechung und die AfD fällt einfach nicht drunter. Das wissen ja andere Parteien auch. Und dementsprechend ist es einfach nur Getöse, Getrommel in der Hoffnung, Leute abzuschrecken. Die AfD wird definitiv nicht verboten werden. Und ganz im Gegenteil, ich sage ja immer in solchen Diskussionen, bitte, 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 stellt endlich den Antrag. Nichts ist für uns natürlich besser, als wenn am Ende eines solchen Verfahrens das Verfassungspflicht entschieden hat, die AfD ist nicht verfassungswidrig, kann deshalb nicht verboten werden. Das würde ja einen unglaublichen Zulauf nochmal von mindestens 5 oder 10 Punkten bringen. Das Risiko werden die anderen niemals eingehen. Scholz warnte vor Stimmungsmache von rechts und warb für mehr Zusammenhalt. Scheiß-Partei, abhauen, 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 abhauen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute unseren Bundeskanzler Olaf Scholz hier begrüßen können. Aber er weiß, die Sehre sich verlassen kann hier auf kleine Kommunen. Und wir brauchen das Miteinander, dass wir uns gegenseitig auch stärken. Er hat dafür gesorgt, dass die Strecke-Fuße überhaupt durch die Corona ohne diese Sicherheit hätten wir die Politik von der infrage geredet.